Dass du lieber starke Beine haben willst statt Schmerzen, liegt irgendwie auf der Hand. Was viele aber nicht wissen ist, welche Grundvoraussetzungen dafür geschaffen werden muss. Wie dir das gelingt und welche Übungen zum Erfolg führen, das zeigen wir dir jetzt. Grundvoraussetzung Nummer 1, dein Fundament, der Fuß. Was macht deinen stabilen Fuß aus? Nicht das hier. Wenn die Großzehe innen steht, ist dein Fuß wackelig, du läufst Gefahr nach innen zu knicken mit dem Knie, kriegst Knieschmerzen, deine Hüfte wird beeinträchtigt und du kannst auch keine Kraft entwickeln auf einem instabilen Fundament. Was macht einen stabilen Fuß aus? Die Großzehe steht innen, dein Fuß hat eine V-Form. Wenn du es genau wissen willst, zieh mal von deinem ersten Gelenk zum Grundgelenk eine Linie, Folge der Linie, dann musst du im Zentrum deiner Ferse hinten landen. Dann passt die Großzehenposition. Sollte diese nicht passen, kommt hier die Übung, um genau das zu verbessern. Mit der ersten Übung wollen wir lernen, wieder den Muskel anzusteuern, der deine Großzehen nach innen bringt. Als Helferlein brauchen wir nur einen Zeigefinger. Den applizierst du auf der Innenseite deiner Großzehe und übst da ein bisschen Druck auf. Kannst du erstmal die Großzehe nach innen drücken und jetzt ist deine Aufgabe, die Großzehe gegen den leichten Widerstand des Fingers wieder nach innen zu bringen. Das macht hier der Halukis. Kannst du googeln, wenn du willst. Der spreizt also hier die Großzehe nach innen ab. Den Zeigefinger benutze ich, dass ich hier überhaupt weiß, was ich machen soll. Wenn du irgendwann besser bist, brauchst du den Zeigefinger nicht mehr, kannst den Muskel ansteuern, ohne dort einen Widerstand zu haben. Für die zweite Übung braucht man ein Helferlein. Wenn du ein Theraband hast, kannst du dir das auf die richtige Länge bringen. Ein Loop vielleicht. Am allerbesten ist ein Zehenband. Ich verlinke meine Infokarte, unseren Linktree und da kommst du dann über Joe Nimble an so ein Zehenband ran. Die haben das in ihren Accessoires. Die nächste Übung machen wir im Stand. Mit dieser Übung machen wir deine Großzehe stärker, dass sie besser ankern kann und wir verbessern deine Großzehenposition. Mein Zehenband, du vielleicht dein Theraband oder was auch immer du hast, dein Loop, montierst du, montiere ich jetzt hier am Nagelbett meiner Großzehe und das Band soll jetzt direkt meine Großzehen in die gute Position ziehen, nach innen, wo ich einen stabilen Fuß habe. Und jetzt im Wechsel Großzehe hochziehen, so hoch als möglich. Kleinziehen dabei unten lassen. Großzehe aktiv runterdrücken, damit wir auch schön kräftigen. Kleinzehen hochziehen. Hast du damit ein koordinatives Problem? Halt einfach die kleinen Zehen fest, während du die Großzehe hochziehst. Und umgekehrt, halt die Großzehe fest, während du die kleinen Zehen hochziehst. Wenn du die Großzehe wieder runterbringst, achte darauf, dass du zulässt, dass das Band deine Großzehen nach innen zieht. Nochmal, Großzehenposition ist mega wichtig. Nur dann kann der Fuß auch seine Dämpfungsfunktion erfüllen und du hast ein stabiles Fundament. Nach dem stabilen Fuß ist Grundvoraussetzung Nummer zwei das mobile Sprunggelenk und zwar in der Bewegung nach vorn, der sogenannten Dorsalflexion. Nur wenn du da hin kannst, kommst du auch in die Hocke. Nur wenn du in die Hocke mit Fersen unten kommst, kannst du vernünftig gehen und laufen und natürlich auch nur dann eine vernünftige Kniebeuge machen. Gucken wir uns die Übungen an, mit denen du ein richtig schönes, mobiles Sprunggelenk bekommst. Mit der ersten Übung arbeiten wir an Tibialis Anterior, dem Fußheber, dem Schienbeinmuskel hier vorne. Der ist der Gegenspieler zu deiner Wade, ganz, ganz häufig zu schwach. Disbalance zwischen Wade und Tibialis ist vorhanden. Und der Tibialis ist auch die erste Verteidigungslinie für dein Knie. Wenn du landest, vor allem nach einem Sprung, muss der stark sein, um vernünftig dich abbremsen zu können. Sonst kriegst du den Schlag ins Knie rein. Weiterer positiver Aspekt, wenn wir jetzt erst am Tibialis arbeiten, macht der Körper hinten schon mal die Strukturen im Wadenbereich auf. Das wird uns dann für die zweite Übung helfen. Ich zeige dir jetzt nur zehn Wiederholungen. Du machst bitte 25. Lehn dich an der Wand an. Anderthalb bis zwei Fußlängen Abstand. Hüftbreiter Stand, Füße parallel. Dann kippst du übers Hüftgelenk mit dem Becken nach vorn. Rücken ist gerade, hältst dich oberhalb der Knie fest. Und wir ziehen zehnmal jetzt die Füße so hoch. Es geht, wie gesagt, du musst nachher 25 machen. Ganz weit hochziehen. Zwei, drei. Ist es zu leicht, geh weiter weg. Vier, ist es zu schwer, geh näher ran. Fünf, sechs. Ganz wichtig, der letzte Zentimeter. Ganz weit hochziehen. Sieben, acht, neun und zehn. Jetzt kommt direkt die nächste Übung. Deswegen, meiner Erfahrung nach, ein absoluter Booster für die Dorsalflexion, für die Sprunglängsmobilität war in unserem 30 Minuten Beine-Workout drin. Verlinke ich dir nochmal in der Infokarte eine ganze Reihe Spitzenübungen in diesem Video. Okay, jetzt brauchen wir ungefähr einen Meter Abstand Fußspitze zur Wand. Ich zeige es dir nur auf der rechten Seite und ich zeige auch hier nur einen Durchgang. Du machst davon vier und nachher drei Sätze. Ich beuge mein rechtes Knie ein. Ich lege meinen linken Fuß in die Kniekehle des rechten und schiebe jetzt mein Knie an die Bewegungsgrenze nach vorn. Bin hier an der Wand im Unterarm stützt. Das heißt, ich schiebe so weit, bis die Ferse heben will. Die Ferse bleibt aber unten. Und jetzt machen wir drei Dinge. Das erste ist, wir aktivieren nochmal den Tibialis und geben Vollgaszug nach oben. Also ich will den Vorfuß hochziehen, es passiert nichts. Ich aktiviere nur den Muskel und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt drücke ich den Vorfuß, vor allem die Großzehe, fest runter in den Boden. Auch hier, es bewegt sich nichts. Ich aktiviere nur die Muskulatur und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt lasse ich los und schiebe das Knie noch weiter nach vorn. Ich kann mich auch hier von meiner Wand nach unten abdrücken, sodass ich richtig Power habe. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt würdest du wieder ziehen. Nochmal davon vier Runden immer wechseln und drei Sätze machen für ein richtig gutes Ergebnis für ein deutlich mobileres Sprunggelenk. Weiter zur nächsten Übung. Dritte, absolute und mega häufig vernachlässigte Grundvoraussetzung für ein starkes und schmerzfreies Bein ist eine vernünftige Beinachse, die schön ausgerichtet ist und ist ein Oberschenkelkopf, der vernünftig in der Gelenkpfanne zentriert ist. Dafür brauchst du einen starken Glutius Medius und eine Spitzenübung, wie du den kräftigen kannst, zeige ich dir jetzt. Eine Spitzenübung für Glutius Medius sind die sogenannten Sidekicks. Nimm dir gerne eine Wand am Anfang mit dazu. Das hilft, dass du nicht so sehr hier auf die Seite kippst. Nachher kannst du das auch frei im Raum machen. Links ist mein Standbein. Links beuge ich im Knie leicht ein und stelle direkt, vorhin haben wir es ja gelernt, meine Großsehe nach innen, damit ich einen stabilen Fuß habe. Das rechte Bein hebe ich an, aber nicht mit den Hüftbeugern, mit den kurzen Hüftbeugern. Die Hüfte bleibt komplett gestreckt. Ich hebe es seitlich an, aus den Abduktoren, um eben Glutius Medius zu kriegen. Also hilf dir nicht mit den Hüftbeugern. Wenn du vom Bauch zum Oberschenkel streichst, musst du immer eine gerade Linie haben. So, und dann kickst du zur Seite, streckst das Bein komplett, donner dich ins Knie rein, ein bisschen Kontrolle. Und du machst 60 Wiederholungen. Ich zeige mal 10, dass du weißt, wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoch das Bein. 1, 7, 8, 9, 10. Also ich will immer möglichst weit oben sein. Das Verhältnis Rumpf zu Oberschenkel relativ klein, den Winkel relativ klein halten. Ja, 60 Wiederholungen rechts, 60 links, im Wechsel drei Sätze, dann geht was vorwärts. Fass was nochmal zusammen, weil es so, so wichtig ist. Du brauchst erstens einen stabilen Fuß, du brauchst zweitens ein mobiles Sprunggelenk, du brauchst drittens ein zentriertes Hüftgelenk und eine gut ausgerichtete Beinachse. Wenn du wissen willst, welche Schwachstellen du am Oberkörper bearbeiten musst, klick auf die Infokarte, da kommt unser entsprechendes Video dazu. Ich möchte dir noch zwei Videos im Beschreibungsfeld verlinken, und zwar einmal den Horse Tens. Der hilft dir auch nochmal, Disbalancen der Hüfte auszugleichen, die Hüfte auch nochmal zusätzlich zu zentrieren. Und dann verlinke ich dir auch nochmal unser Bein-Workout. Das ist nur eine halbe Stunde, sind aber auch viele Spitzenübungen drin, unter anderem die fürs Sprunggelenk, die hier eben gerade gezeigt wurde. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. Bis bald. Ciao.